Oblivion, eine Fanfiction von Nordkone und dieses Mal als Special Guest Louis. Den hab ich einfach mal gefragt, ob er mitsprechen möchte und er hat ja gesagt und deswegen ist er jetzt Teil dieser Fanfiction. Viel Spaß! Kapitel 1 Haare Da waren überall Haare in seinem Gesicht. Selbst vor seinem Mund hatten sie nicht halt gemacht und noch während er langsam in den Wachzustand hinüberglitt und sein Traum, den er bis eben noch klar und deutlich vor seinem inneren Auge gesehen hatte, im Nirwana verpuffte, fragte er sich, wo diese verfluchten Haare herkamen, die ihn an seiner Nase kitzelten. Nur langsam lichtete sich der Nebel in seinem Kopf und machte einem dumpfen Hämmern Platz, das ganz sicher vom gestrigen Alkoholkonsum herrührte. Oh, da war ja was. Schnell schlug er seine Augen auf und fand sich in seiner Befürchtung bestätigt, dass der gestrige Abend doch kein Traum gewesen sein konnte, denn die braune Lockenmähne, die er nun erblickte, half schneller als ihm lieb war, sich an die vergangene Nacht zu erinnern. Shit! Entfuhr es ihm leise und gleichzeitig zupfte er sich umständlich einer einzelnen Strähne der besagten Lockenpracht aus dem Mundwinkel. Verdammt nochmal! Wie konnte es bitte passieren, dass Granger hier in seinem Bett lag? Okay, er wusste natürlich, wie so etwas passieren konnte, doch wie hatte Ihm das passieren können? Ihm! Von all den Menschen dieser gottverdammten Stadt! Er hatte Probleme, den gestrigen Abend zu rekonstruieren und ehrlich gesagt fiel es ihm auch nicht gerade leicht, sich zu konzentrieren, während ihr Hintern gegen seine nun wachsende Männlichkeit gepresst war. Um nicht zu stöhnen und sie aus Versehen noch damit zu wecken, biss Draco sich auf die Unterlippe und schloss für einen weiteren Moment die Augen. Verdammt! Er hatte mit Granger geschlafen. Mit Hermine Granger, der wohl nervigsten Person auf diesem verfluchten Planeten und noch viel schlimmer war es, dass ihn die Erinnerung daran schon wieder steinhart werden ließ. Nach und nach kamen auch die Erinnerungen an den restlichen Abend zurück und trotz seiner aktuellen recht misslichen Lage musste Draco nun grinsen. Er hatte zwar keine Ahnung, was genau in die Gryffindor gefahren war, abgesehen von ihm ganz offensichtlich, doch er musste zugeben, dass diese Begegnung alles andere als nervig oder langweilig gewesen war. Seltsam und befremdlich, ja, etwas erschreckend und verstörend, das auch, aber nicht langweilig. In seinen kühnsten Träumen hätte er es nicht für möglich gehalten, dass er einmal mit ihr im Bett landen würde. Draco schlug die Augen erneut auf, als Hermine begann sich zu bewegen und langsam aber sicher bekam er wirkliche Probleme. Doch wer konnte ihm das schon verdenken? Immerhin lag er hier selbst vollkommen nackt mit einer nicht minder bekleideten weiblichen Person im Bett seines Hotelzimmers. Und vielleicht musste man zu seiner Verteidigung auch sagen, dass er eine lange Zeit mit keiner Frau mehr zusammen gewesen war. Seit seiner Trennung von Astoria vor einem Dreivierteljahr hatte er zuerst kein Bedürfnis gehabt, sich auf irgendetwas einzulassen, auch wenn es nur eine Bettgeschichte war. Und dann hatte er zudem auch noch schlicht und ergreifend keine Zeit gefunden, sich auf dem Markt umzusehen. Wie auch. Er war in den letzten Monaten berufsbedingt keine drei Tage am Stück zu Hause gewesen und er wusste schon gar nicht mehr, wie sein Penthouse in Paris überhaupt aussah. Seit gestern war er hier in London und er war mehr als froh darüber. Die letzten drei Wochen in Moskau waren zwar nett gewesen, aber er hasste die Kälte. Und der Herbst in Russland war weit entfernt von dem Herbst mit den milden Temperaturen, wie er ihn aus Europa kannte. Und da er endlich wieder einmal ohne zu frieren auf die Straße hatte gehen können, hatte es ihn auch direkt nach seinem Abendessen in die nächste Bar verschlagen. Und dort war es dann kompliziert geworden. Nun ließ sich ein leises Stöhnen doch nicht mehr unterdrücken und Draco versuchte es auch gar nicht mehr, denn Granger war ganz offensichtlich zwischenzeitlich auch aufgewacht und begann, sich in seinem Griff zu strecken und zu räkeln. Verfluchte Gryffindor. Guten Morgen. Raunte ihr ihr entgegen, während sie sich langsam zu ihm herumdrehte und ihn verschlafen anblinzelte. Er wusste ja nicht, was genau er erwartet hatte, doch auf jeden Fall hatte er nicht damit gerechnet, dass sie ihn nun anlächelte. Viel eher hätte er erwartet, dass sie, nachdem sie wieder nüchtern war, nun kreischend das Weite suchen würde, sobald sie herausgefunden hatte, bei wem sie da im Bett lag. Doch ganz offensichtlich hatte sie am vergangenen Abend entweder so viel getrunken, dass sie immer noch betrunken war, oder er wusste ehrlich gesagt keinen weiteren Grund, warum sie noch nicht fluchtartig den Raum verlassen haben könnte. Guten Morgen, Lucius, grinste sie und ehe Draco sich versehen konnte, hatte sie ihn einem Kuss verwickelt. Er verstand die Welt nicht mehr. Ja, sicher, es war irgendwie lustig gewesen, dieses kleine Rollenspiel am Vorabend. Wobei, konnte man es Rollenspiel nennen, wenn man vorgab, sich nicht zu kennen und seinen Zweitnamen benutzte? Wohl kaum. Oder doch? Draco konnte diesen Gedanken nicht weiter verfolgen, denn scheinbar war Granger noch nicht bereit, sich der Wirklichkeit zu stellen. Und bei Salazar, es hätte ihm in diesem Moment nicht gleichgültiger sein können, denn ihre kleine Hand fand schamlos den Weg in seinen Schritt und fing an, ihn leicht zu massieren. Ein heiseres Stöhnen verließ seinen Mund und traf im Gegenzug direkt auf ihr eigenes. Er ließ seine Hände über ihren nackten Körper unter der Bettdecke gleiten und spürte, dass ihre Haut vom Schlafen noch ganz erhitzt war, was ihn unheimlich antörnte. In keinem Leben, nicht in diesem und auch nicht in eventuellen Vergangenen, hätte er es für möglich gehalten, dass er einmal in dieser Art und Weise mit dieser Gryffindor zusammen sein würde. Hätte Ivan, sein russischer Geschäftspartner, ihm das gestern beim Frühstück erzählt, hätte er ihn einfach ausgelacht. Aber Fakt war, dass Hermine Granger sich gerade unter seinen Händen räkelte und ihr Becken auffordernd gegen seins rollte. Eines musste er ihr sicherlich zugestehen. Sie war entzückend, wenn sie sich nicht wie die besserwisserische, nervige Person verhielt, die sie nun einmal war und die er aus seiner Schulzeit kannte. Auch wenn er immer noch keinen Schimmer hatte, was ihr eigentlich vor sich ging. Zwischenzeitlich hatte auch eine seiner Hände den Weg zwischen ihre Beine gefunden und dank seiner Behandlung, die er ihr zuteilwerden ließ, hatte er nun einen uneingeschränkten Blick in ihr Gesicht. Denn sie hatte den Kuss unterbrochen, und ihren Kopf in den Nacken geworfen. Draco war sich sicher, dass dieses Bild, welches sie nun abgab, mit geschlossenen Augen, leicht geöffneten Lippen und roten Wangen, die von ihrer wilden Lockenmähne eingerahmt wurden, das wohl schönste war, was er seit langem gesehen hatte. Elisas Keuchen schickte kleine Hitzewellen direkt in seine Lenden und hätte er Zeit oder auch nur genügend aktive Hirnzellen übrig gehabt, in diesem Moment hätte er sich wohl gefragt, wann er das letzte Mal durch einen Handshop gekommen war. Doch das war in dem Moment, in dem Granger ihren Kopf in seine Halsbeuge fallen ließ und dadurch versuchte, ihr Stöhnen zu unterdrücken, während sie unter seiner Hand zusammenzuckte. Vollkommen irrelevant, mit einem leisen Fluch auf den Lippen folgte ihrem Beispiel nur wenige Sekunden später. Okay, den Tag so zu beginnen, also daran könnte ich mich ehrlich gesagt gewöhnen, sagte Granger einige Augenblicke später, während sie sich aus seinem Griff befreite und sich schwer atmend auf den Rücken fallen ließ. Wenn er vorhin schon verwirrt gewesen war, dann hatte er mit hundertprozentiger Sicherheit keine passenden Worte für seinen gegenwärtigen Gemütszustand. Ihm blieb nichts weiter übrig, als die Frau in seinem Bett, von der er eigentlich dachte, sie zu kennen, anzustarren und sich zu fragen, ob sich hier vielleicht irgendjemand einen schlechten Scherz mit ihm erlaubte. Doch er kam nicht dazu, den Gedanken weiter zu verfolgen, denn seine gesamte Konzentration, die er nach diesen morgendlichen Aktivitäten noch aufbringen konnte, wurde nun von der Gryffindor beansprucht, die plötzlich wie vom Blitz getroffen in die Höhe fuhr und einen unschönen Fluch verlauten ließ. Verdammt, wie spät ist es? Mein Chef bringt mich um, wenn ich den Laden nicht pünktlich aufschließe. Obwohl es ihn eigentlich nicht wirklich interessierte, wie spät es war, warf er einen Blick auf den digitalen Wecker auf dem Nachttisch. Kurz nach neun, beantwortete Draco ihre Frage, doch sie schien ihm nicht mehr wirklich zuzuhören, denn Hermine war bereits aus dem Bett gesprungen und hätte vermutlich einen Orden dafür verdient, wie schnell sie es schaffte, ihre Klamotten vom Boden aufzusammeln, sich gleichzeitig anzuziehen, ins Badezimmer zu rennen, um sich ein wenig Wasser ins Gesicht zu spritzen, nebenbei noch vor dem Spiegel ihre Haare zu einem ordentlichen Zopf zu binden und ihr verbliebenes Make-up zu kontrollieren. Draco wollte etwas sagen. Wirklich. Er wollte sie fragen, ob sie verrückt geworden war oder ob sie meinte, dass er vielleicht verrückt geworden sein könnte. Er wollte sie fragen, ob sie vielleicht in Wirklichkeit doch nicht Granger war und irgendwie hoffte er beinahe, dass es eine plausible Erklärung hierfür gab, doch kein Wort kam aus seinem Mund, während sie sich in seine Richtung drehte und lächelte. Tut mir leid, ich muss los, zuckte sie mit den Schultern und stieg im gleichen Atemzug in ihre Pumps. Noch so etwas, was ihn misstrauisch werden ließ und etwas, das er am gestrigen Abend einfach kommentarlos hingenommen hatte. Eine Hermine Granger trug ganz sicher keine Pumps, geschweige denn, sollte der Bücherwurm darin auch nur mehr als einen Meter weit laufen können, doch sie konnte. Und zwar geradewegs auf ihn zu, auf ihn, der da immer noch wie vom Donner gerührt in seinem Hotelbett saß. Nackt, nebenbei erwähnt. Du arbeitest sonntags? fragte er, als er sich zu ihm beugte und ihm einen flüchtigen Kuss auf die Lippen zu drücken, nur um überhaupt irgendetwas zu sagen. Ich arbeite immer, konterte sie mit einem Schmunzeln und richtete sich wieder auf. Wie lange sagtest du, bleibst du in London? Ich, äh... begann Draco zu sprechen und runzelte die Stirn über diese Frage. Er wurde nicht schlau aus dieser Frau, die unmöglich Granger sein konnte und die ganze Situation begann ihn zu nerven. Ich weiß nicht genau. Zwei Wochen, vielleicht länger. Warum wollte sie das von ihm wissen? Er hat ihr gestern Abend in der Bar erzählt, dass er geschäftlich hier war für eine Weile und hatte seine Aussagen sehr vage gehalten, denn er hatte nicht vor, ihr zu viel von sich selbst oder seinen Absichten zu erzählen. Nur weil sie und ihre Freunde damals vor sechs Jahren vor dem Zaubergamott ein gutes Wort für ihn eingelegt hatten und er mit einer Bewährungsstrafe davongekommen war, hieß das noch lange nicht, dass er auch nur irgendein freundschaftliches Gefühl für einen dieser Gryffindors übrig hatte. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich für meinen Teil hätte nichts gegen eine Wiederholung einzuwenden. Hat er sie ihm gerade allen Ernstes zugezwinkert? Wer zur Hölle war diese Frau? Ich bin samstags eigentlich immer mit meinen Kollegen im Harways abends nach der Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch mal dort. Sie wartete jedoch nicht auf eine Antwort auf ihre offene Frage und so schnell, wie sie sich angezogen hatte, war sie auch schon aus der Tür verschwunden und ließ einen völlig verwirrten Draco zurück, der für den Moment nichts weiter tun konnte, als ihr ungläubig hinterherzustarren. Vielleicht sollte er erst mal eine kalte Dusche nehmen. Konnte es sein, dass er noch schlief und das Ganze nur ein höchst seltsamer Traum gewesen war? Unwahrscheinlich. Dafür war sein Umfeld und sein Verstand viel zu klar. Aber könnte es nicht tatsächlich sein, dass es überhaupt nicht Termine Granger gewesen war, sondern nur jemand, der genau gleich aussah, die gleichen Locken sowie denselben Zweitnamen hatte und rein zufällig die gleiche Stimme mit demselben, besserwisserischem Unterton wie die Gryffindor aus seiner Schulzeit? Draco seufzte und schüttelte den Kopf. Nun, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen, brachte rein gar nichts. Granger oder wer auch immer es gewesen war, war nicht mehr hier und er würde einen großen Bogen um die Bar machen, in der er sie gestern aufgerissen hatte. Oder sie ihn. So wirklich sicher war er sich mittlerweile auch nicht mehr, was das anging. Schwerfällig stand er auf und schleppte sich auf direktem Weg ins Badezimmer unter die Dusche. In einer knappen Stunde wollte er sich mit Blaze zum Frühstück treffen und bis dahin sollte er wahrscheinlich wieder einen klaren Kopf haben und diese dubiose Begegnung aus seinem Hirn streichen. Blaze allein war schon Herausforderung genug. Da brauchte er nicht auch noch die wirren Gedanken an die vergangene Nacht, die ihm im Kopf herumschwirrten. Blaze, du kannst mich wieder loslassen. Die Leute schauen schon, knurrte er, doch sein bester Freund dachte er überhaupt nicht daran, Draco aus seiner knochenbrechenden Umarmung entkommen zu lassen. Im Gegenteil. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn Blaze zu allem Überfluss auch noch angefangen hätte freudig auf- und abzuhüpfen, was er bei Merlin sei Dank jedoch nicht tat. Erst wenn du mir versprichst, das nächste Mal nicht wieder jahrelang verschollen zu sein und nichts von dir hören zu lassen, Alter. Ja, ja, versprochen. Und jetzt lass mich los oder ich verfluche dich hier und jetzt vor all den Muggeln. Das zog offensichtlich, denn der hochgewachsene, ehemalige Slytherin ließ Draco nun aus seinem Griff und grinst übers ganze Gesicht, während er sich wieder auf seinen Stuhl setzte und auch Draco nahm nun Platz und strich sein Hemd glatt, das durch die Behandlung von seinem Kumpel ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden war. Ich kann's immer noch nicht fassen, dass du in England bist. Wie viele Jahre ist es nun schon her, als du das letzte Mal einen Fuß in das Vereinigte Königreich gesetzt hast? Draco schmunzelte. Ja, es war lange her, seit er zuletzt in England gewesen war. Das einzige Mal war etwa ein Jahr nach der finalen Schlacht gewesen und das auch nur, um das Männer zu verkaufen und sämtliche Familienkonten auf seinen Namen umzuschreiben zu lassen. Seine Beziehung zu seinem Heimatland war kompliziert geworden. Er wusste, dass ihn in Großbritanniens Zauberwelt keiner wirklich vermisste und um ehrlich zu sein, vermisste er sie auch nicht. Er hatte ein neues Leben begonnen, damals, mit Astoria. Hatte seiner Heimat den Rücken gekehrt, mit der festen Absicht, nie wieder zurückzukommen und alles einfach hinter sich zu lassen. Das war zumindest der Plan gewesen. Doch wenn er ganz ehrlich zu sich selbst war, dann hatte er diese Entscheidung in den letzten Monaten mehrmals hinterfragt. Jetzt, wo Astoria nicht mehr da war, gleich umso mehr. Er liebte sein Leben in Paris, keine Frage, doch nun, mit dem grinsenden Blaze vor sich, fragte er sich, ob es nicht doch an der Zeit wäre, um zumindest einmal über eine Rückkehr nachzudenken. Fünf Jahre ungefähr, antwortete er seinem Freund und schmunzelte amüsiert. Ja, ganz sicher. Fünf verdammte, lange Jahre, Draco. Ich meine, ja, Paris ist nicht die Welt und ich werde auch künftig immer wieder gerne den Potschlüsselreise auf mich nehmen, um euch zu besuchen, immerhin sind die Französinnen absolut ein Argument, aber verdammt, ich vermisse dich hier wirklich. Aber wo wir schon beim Thema sind, hat Astoria noch Kontakt zu ihrer Freundin, du weißt schon, die mit dem Namen, den ich mir nicht merken kann. Das verschmitzte Lachen, welches auf seine Worte folgte, brachte Draco dazu, spittig zu schnauben. Du meinst Madeline? Und ja, sie haben noch Kontakt, anders als Astoria und ich im Übrigen. ließ er die Bombe nun platzen und genoss Blaze's verwirrten Gesichtsausdruck. Hast du da gerade tatsächlich gesagt, wie ich denke, was du gesagt hast? Was denkst du denn, was ich gesagt habe? wollte Draco wissen und lachte über den frustrierten Blick seines Freundes, während der Kellner kam und ihre Bestellung aufnahm. Draco, raus mit der Sprache, was ist mit dir und Astoria? Blaise war schon immer viel zu ungeduldig gewesen und auch zu neugierig. Das war nun wirklich keine Neuigkeit. Er genoss das geradezu, seinen Freund auf die Folter zu spannen und ebenso das Gefühl von Normalität, das ihn dabei beschlich. Er hatte Blaise wirklich vermisst. Nicht immer, aber meistens. Astoria und ich sind seit Anfang des Jahres getrennt. Sie lebt mit ihrem neuen Freund in Marseille seit einigen Monaten. Nicht dein Ernst? Blaise hatte nun die Augen aufgerissen und schüttelte den Kopf. Ich meine, nicht, dass ich mich nicht bereits gewundert hätte, dass ihr nicht schon lange geheiratet habt, aber damit habe ich nun echt nicht gerechnet. Wieso, wenn ich fragen darf und warum erfahre ich davon erst jetzt? Draco hatte eigentlich keine Lust, seine Trennung weiter zu erörtern. Sie hatten einfach andere Vorstellungen vom Leben gehabt. Astoria war schon immer sehr einnehmend gewesen. Sie hatte nur selten einmal stillschweigend akzeptiert, wenn er geschäftlich ohne sie verreisen musste. Nicht selten hatte ihn ihre Art und ihre Eifersucht zur Weißblut getrieben. Seit sie vor Jahren zusammengekommen waren, lag sie ihm mit Heirat und Kindern in den Ohren und vermutlich war dies der größte Streitpunkt von allen gewesen, denn Draco war sich ziemlich sicher, dass er mit seinen 26 Jahren noch weit entfernt von diesem Thema war. Erschreckenderweise hat es ihn nicht mal schockiert, als Astoria ihm eines Tages eröffnet hatte, dass sie jemanden kennengelernt hatte und dass sie keine Zukunft mehr in ihre gemeinsame Beziehung sah. Er seufzte. Wir waren nicht besonders kompatibel. Ich war noch nicht bereit, mich für mein restliches Leben an sie zu binden. Sie ist jemand, der mehr Aufmerksamkeit braucht, als ich bereit war zu geben. Sagen wir einfach, es ist für alle Beteiligten besser so. Keine große Sache. Es wunderte ihn nicht einmal mehr, dass er nicht das kleinste bisschen Wehmut verspürte bei diesen Worten. Draco war sich nicht sicher, aber er bezweifelte mittlerweile sogar, dass tatsächlich Liebe zwischen ihnen gewesen war. Sicher, er war verliebt in sie gewesen und sie hatten die ersten Jahre wirklich viel Spaß gehabt. Doch Liebe? Wusste er überhaupt, was das war? Blaze riss ihn aus seinen Gedanken. Okay, puh, also ich will ja jetzt nicht irgendwie nerven. Du nervst immer. Das ist nichts Neues. Warf Draco schmunzelnd ein und erntete einen beleidigen Blick von seinem Kumpel. Aber, sagte Blaze und ging nicht weiter auf seinen Einwurf ein, das wäre doch die Gelegenheit, wieder nach England zu ziehen. Ich meine, in Frankreich hält euch eigentlich nichts. Außer meiner Wohnung und meinem Job. Dem Freundeskreis, den ich mir aufgebaut habe. Und glaub mir, in den letzten Jahren ist hier viel passiert. Die Welt hat sich geändert. Die Leute haben sich geändert. Ich denke nicht, dass sich noch irgendwer dafür interessiert, was damals im Krieg passiert ist und welche Rolle du dabei gespielt hast. Draco lachte trocken auf. Ja, das hab ich gemerkt. Verdammt, das war ihm rausgerutscht. Er hatte nicht vorgehabt, Blaze von seiner Begegnung der dritten Art mit Granger zu erzählen, aber so wie sein Kumpel ihn auffordernd ansah, kam er wohl nicht drum herum. Wie meinst du denn das? In diesem Moment kam glücklicherweise ihr Kellner mit ihrer Bestellung um die Ecke und er hatte noch einige Sekunden Schonfrist, um sich zu überlegen, was er seinem besten Freund erzählen wollte und was nicht, entschied sich aber dann, mit der Tür ins Haus zu fallen. Was war schon dabei? Ich hab die letzte Nacht mit Granger verbracht. Glaube ich zumindest. Die Stille, die darauf folgte, war ohrenbetäubend laut und hätte Blaze sein Messer in der Hand gehabt, war Draco sicher, dass er es hätte fallen lassen. Doch so schwebte Blaze Hand über dem Besteck, welches er gerade hatte greifen wollen und starrte ihn schockiert an. Du hast... Was? Draco schnappte amüsiert. So ähnlich ging es mir heute Morgen auch. Moment. Was meinst du mit glaubst du zumindest? Der Blick seines besten Freundes war absolut Gold wert und allein schon deshalb hatte sich diese seltsame Begegnung mit ihrer früheren Schulkameradin gelohnt. Und wenn er ehrlich zu sich selbst war, nicht nur deshalb. Verdammt. Er sollte jetzt alles tun, aber nicht an den Sex mit Hermine Granger denken. Das war im Moment wirklich nicht förderlich. Damit meine ich, dass ich mir nicht sicher bin, was vor sich geht. Also theoretisch war es Granger, aber sie hat sich nicht verhalten wie Granger. Sie hat sich mit ihrem Zweitnamen vorgestellt, der übrigens Jean ist. Und so getan, als würde sie mich nicht kennen. Zog der mit den Schultern und widmete sich nun seinem Full English Breakfast. Noch etwas, was er in den letzten Jahren schmerzlich vermisst hatte. Ihm hängen Croissants ja sowas von zum Hals raus. Alter, du weißt aber schon, dass keiner in der Zauberwelt in den letzten Jahren von Granger gehört hat, ja? Die Frau ist quasi wie vom Erdboote verschwunden und du erzählst mir hier, dass du einen Tag zurück in London bist und sie gefögelt hast? Nun war es an Draco verwirrt reinzuschauen. Nein, woher auch? Ich habe keine Ahnung, was in den letzten Jahren los war und selbstverständlich habe ich auch nicht verfolgt, was Granger oder Potter oder sonst wer treibt. Du bist der Einzige, mit dem ich mich abgebe. Ich fühle mich gleichzeitig geehrt und beleidigt, meinte Blaze daraufhin trocken und rollte mit den Augen, während er einen Schluck von seinem Kaffee nahm. Draco winkte jedoch einfach nur ab. Du weißt, wie ich das meine. Aber im Ernst, irgendwas stimmt da nicht. Ich meine, wir kennen Granger und was für eine nervige Persönlichkeit diese Frau eigentlich immer hatte. Das gestern war, ähm, so überhaupt nicht die Granger, die ich in Erinnerung hatte. Aha! rief sein Gegenüber aus und wackelte anzüglich mit den Augenbrauen. Kümmern jetzt die schmutzigen Details oder muss ich dir die aus der Nase ziehen? Draco lachte. Davon träumst du wohl? Du bist immer noch der gleiche Arsch wie früher, schmollte Blaze nun, jedoch mit einem Zwinkern. Draco wusste, dass sein bester Freund ihm eigentlich nie etwas übel nahm. Darum war der Typ immerhin sein bester und vielleicht auch einziger, richtiger Freund. Sabini war zwar neugierig wie sonst niemand den erkannte, doch er war derjenige, der Draco akzeptierte, wie er nun einmal war. Und er wusste sehr wohl, dass er nicht immer die einfachste Gesellschaft war, vor allem nicht, wenn es darum ging, über private Angelegenheiten zu sprechen. Iss, Sabini, bevor es kalt wird. Es wäre ärgerlich, wenn ich dich zu einem ungenießbaren Frühstück einladen müsste. Diese Worte hatten den gewünschten Effekt, denn der Dunkelhaarige grinst übers ganze Gesicht. Ich nehme alles zurück, du bist vielleicht doch kein Arsch. Kapitel 2 Auch am nächsten Tag war Draco noch nicht schlau aus der, wie er es nannte, Granger-Sache geworden. Und obwohl er versuchte, nicht mehr daran zu denken, gelang es ihm kein bisschen. Viel zu präsent war die vorletzte Nacht noch in seinen Gedanken. Dies hatte dazu geführt, dass er unaufmerksam in seinem Meeting gewesen war und zu allem Überfluss ärgerte er sich nun darüber, denn er hatte einige wichtige Details der Verhandlungen verpasst und musste sich jetzt gedulden, bis er das Protokoll zugesendet bekam, um weitere Entscheidungen zu treffen. Alles in allem war dies nicht wirklich sein glorreichster Montag und genervt ließ er sich um die Mittagszeit am Tresen der kleinen Espressobar nieder, die glücklicherweise gleich auf der anderen Straßenseite der Geschäftsstelle seines vielleicht zukünftigen Partners lag. Gerade als er seine Krawatte gelockert und einen Kaffee bestellt hatte, schlug das Schicksal erneut zu und langsam fragte er sich, ob ihm hier vielleicht tatsächlich jemand einen Streich spielen wollte oder ob er einfach nur vom Pech verfolgt wurde. Er erkannte sie bereits an ihrer Stimme und Draco schloss für einen Moment die Augen und atmete tief ein und aus. Er war nicht bereit für diese Begegnung und erst recht war er nicht bereit, dieses dubiose Spiel weiterzuspielen. Mein Name ist Draco sagt er darum, während er sich in ihrer Richtung drehte und sie herausfordernd ansah. Wie bitte? Ganz offensichtlich hatte es hier nicht mit Granger zu tun, denn selbst die konnte unmöglich eine so gute Schauspielerin sein. Die Verwirrung stand ihr ins Gesicht geschrieben und wäre Draco nicht so genervt von der Gesamtsituation gewesen, hätte er womöglich darüber gelacht. So jedoch nahm er seinen Kaffee entgegen, den der Typ auf der anderen Seite der Theke ihm reichte und versuchte Granger oder eben auch nicht Granger wortlos niederzustarren. Was nicht funktionierte, denn sie knickte nicht ein und rein gar nichts in ihrem Gesicht deutete darauf hin, dass er sich hier einen Scherz mit ihm erlaubte. Er seufzte. Draco. Lucius ist mein Zweitname. Fuhr er also fort und starrte Granger über den Rand seiner Kaffeetasse an. Sie blinzelte nun zweimal und zuckte dann mit ihren Schultern. Oh, okay. Hey, ich meine, das sind zwar wirklich ungewöhnliche Namen. Bist du irgendwie adlig oder warum hast du dich nicht mit deinem richtigen Namen vorgestellt? Keine Sorge, ich kenne mich mit dem Adel dieser Welt nicht aus. Ich bin froh, wenn ich weiß, wer aktuell Königin von England ist. Sie lachte auf ihre eigenen Worte kurz auf und ließ sich zu Dracos Empörung auf den Barstuhl neben ihm gleiten. Gut. Anscheinend hatte sie beschlossen, zu seiner Nemesis zu werden. Vielleicht konnte er diese Tatsache einfach akzeptieren, auch wenn er sich immer noch veralbert vorkam. Nein, kein blaues Blut. Zumindest nicht, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, meinte er daher trocken und wünschte sich irgendwie wieder nach Russland zurück. Ivan war zwar keine so hübsche Gesellschaft gewesen, wie diese Gryffindor hier vor ihm, jedoch hatte er sich mit Ivan wenigstens sinnlos betrinken können, ohne auch nur ein Wort miteinander zu sprechen. Das käme im Moment gar nicht so ungelegen. Okay, dann vielleicht ein Schauspieler. Sollte das der Fall sein, kann ich dich auch beruhigen. Ich schaue nicht wirklich viel fern. Sie winkte leicht hinab und bestellte sich ebenfalls einen Kaffee beim Barista. Du hast tatsächlich keine Ahnung, wer ich bin. Das war keine Frage, auch wenn er sie eigentlich hatte stellen wollen. Vielmehr war es die Erkenntnis darüber, dass diese Frau vor ihm, die zufälligerweise Granger und doch nicht Granger war, einfach nicht wusste, wer er war. Draco hatte keine Ahnung, woher diese Eingebung plötzlich kam, aber er war sich ziemlich sicher, dass niemand auf der Welt so gut schauspielern konnte. Und gesetzt dem Fall, dass es hier mit den echten Granger zu tun hatte, was er vermutete, warum sonst sollte sie ihren echten Zweitnamen verwenden, konnte dies nur bedeuten, dass sie ihr Gedächtnis verloren hatte. Denn dass sie ihn schlicht und einfach nur vergessen hatte, war so unwahrscheinlich wie sonst wohl nichts auf dieser Welt. Nein, und ich wüsste auch nicht wieso. Willst du mir vielleicht sagen, warum du dich so seltsam verhältst? schmunzelte sie auf seine Worte hin und Draco blieb nichts anderes übrig, als mit dem Kopf zu schütteln. Er würde schon noch hinter dieses Geheimnis kommen. Die Frage war nur, ob er das auch wirklich wollte. Nein, alles gut. Ich hatte wohl einfach angenommen, dass du mich vielleicht aus der Zeitung kennst. Ich war ein paar Mal Gesprächsthema im Business-Teil. Und das war noch nicht mal komplett gelogen. Immerhin hatte Rita Kimcon es sich nicht nehmen lassen, auch nach seiner Flucht nach Frankreich, den einen oder anderen hetzerischen Artikel mit reißerischer Schlagzeile über ihn zu verfassen und über seine Firma herzuziehen. Draco Malfoy, vom Todesser zum Kapitalisten. Der magischen Welt bleibt auch nichts erspart. War vermutlich einer seiner Liebsten. Oh, in der Times? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich dem Business-Teil oft nur überfliege. Die Medien erzählen zum Großteil sowieso nur Lügen. Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt noch die Zeitung aufschlage, lachte Hermine und zwinkerte ihm zu. Vage kam ihm das Bild einer jüngeren Hermine Granger ins Gedächtnis, die auf ihrem ganz persönlichen Kreuzzug gegen Rita Kimcon gewesen war und er schmunzelte. Anscheinend war sie doch noch irgendwo die Alte. Kaum hatte er seine Gedanken zu Ende geführt, revidierte er diesen schon wieder, als sie weitersprach. Also, Draco, betonte sie seinen richtigen Namen nun. Da wir uns nun schicksalhafterweise wiedergetroffen haben, was hältst du von einem Abendessen später? Meine Schicht geht bis um sechs. Du könntest mich abholen? Draco wusste beim besten Willen nicht, warum er dem Abendessen mit Granger zugestimmt hatte. Vielleicht bekam ihm die englische Luft nicht mehr oder er war schlicht und ergreifend einfach ein Idiot. Vermutlich beides mutmaßte er, während er die unscheinbare rote Telefonzelle betrat, die ihn auf offiziellem Weg ins Ministerium für Zauberei befördern würde. Zwar hatte er sich geschworen, nie auch nur wieder einen Fuß in dieses Gebäude zu setzen, solange er bei klarem Verstand war, aber der dieser ihm anscheinend abhandengekommen war, kam es darauf nun auch nicht mehr an. Seine Gedanken kreisten immer noch um sein verpatztes Meeting am Morgen und um die absurde Sache mit Granger, während er der kleinen, schwarzhaarigen Hexer im Empfang seinen Zauberstab reichte, um sich als Besucher anzumelden. Eine seltsame Art von Unwohlsein beschlich ihn, als er anschließend durch die langen Flure ging und dieses Gefühl der Beklemmung wurde auch nicht gerade besser, als er mit dem Aufzug in den zweiten Stock fuhr. Beinahe wäre er zusammengezuckt bei der hellen Stimme, die fröhlich Ebene 2 Aurorenzentrale Magische Strafverfolgung Zaubergermord Verwaltungsdienst Büro gegen den Missbrauch von Magie und Büro gegen den Missbrauch von Muggelartefakten Einen schönen Tag verkündete. Aurorenzentrale Das war sein Ziel. Mit festen Schritten ging er dem blank polierten, dunklen Flur entlang. Sein Abbild spiegelte sich in dem schwarzen Marmor zu seinen Füßen und seine Schuhe machten unverhältnismäßig laute Geräusche in dem langen Gang. Sein Ziel war das vierte Büro auf der rechten Seite, wenn er der Empfangshexe glauben durfte und sie sollte Recht behalten. H.J.Potter Leitung Aurorenzentrale sprang ihm der verschnörkelte Schriftzug auf einem goldenen Täfelchen entgegen, das direkt neben der Tür angebracht war. Draco rümpfte die Nase, denn er wollte eigentlich nichts weniger, als sich mit Potter zu treffen. Ironischerweise hatte seine letzte Begegnung mit dem Helden der Nation ebenfalls hier im Zaubereiministerium stattgefunden, jedoch einige Etagen tiefer, bei seiner Verhandlung. Er hatte sich nie wirklich bei Potter dafür bedankt, dass dieser für ihn in die Bresche gesprungen war und er dank ihm und dank den Aussagen von Dumbledores Porträt wohl haarscharf an einer Haft in Azkaban vorbeigeschrampt war. Draco schüttelte diese bitteren Gedanken ab. Er hatte nicht vor, sich bei Potter zu bedanken und außerdem war er heute als freier Mann und aus komplett anderen Gründen her. Darum wartete er kaum die Antwort auf sein Klopfen ab und stand schon wenige Sekunden später in Potters Büro. Auch wenn Harry Potter vermutlich der beste Aurore war, den das Ministerium seit Langem gesehen hatte und trotz, dass er sich seit einer Weile Leiter der Aurorenzentrale schimpfte, so sah er doch überhaupt nicht wie ein knallharter Aurore aus in dem Moment, in dem er erkannte, wer da gerade sein Büro betreten hatte. Während die Umstände, die ihn herführten, nicht so verwirrend, hätte Draco mit Sicherheit über diesen Anblick gelacht. Malfoy? Der sogenannte Leiter der Aurorenzentrale hatte scheinbar keinen Sinn für irgendwelche Höflichkeitsfloskeln. Er machte eine abrupte Bewegung, die fast danach aussah, als wolle er aufspringen, überlegte es sich offensichtlich jedoch anders und sang verwirrt in seinen Sessel zurück. Dir auch einen guten Tag, Potter. Lange nicht gesehen. Erwiderte Draco, der bedächtigt die Tür hinter sich schloss und sich dann wieder zu seinem Lieblingsfeind aus Schulzeiten umdrehte. Was? Anscheinend war dem ehemaligen Gryffindor im Moment auch die Gabe entfallen, sich richtig zu artikulieren und seine Sätze zu Ende zu bringen. Draco konnte es ihm nicht wirklich verdenken, denn vermutlich würde er ebenso wie ein Fisch auf dem Trockenen aussehen, wäre es Potter, der in sein Büro gestolpert käme. Hallo Malfoy! Welche Überraschung! Was führt dich zu mir an diesem herrlichen Nachmittag? Das wolltest du mich wahrscheinlich fragen, oder Potter? Lass es uns kurz machen. Ich bin wahrscheinlich genauso wenig erfreut über diesen Besuch wie du. Mit diesen Worten ließ er sich auf den Besucherstuhl vor dem Schreibtisch sinken und er freute sich einen weiteren Moment an der ungläubigen Miene seines Gegenübers. Dieser räusperte sich vernehmlich und fing an, irgendwelche Akten auf seinem Tisch von einer Seite auf die andere zu räumen, vermutlich um sich selbst einen Moment zu sammeln, dachte Draco. Ähm, ja, also, ich müsste lügen, würde ich sagen, dass ich nicht überrascht bin, dich hier zu sehen. Was führt dich zu mir? Harry hatte nun eine aufrechte Haltung eingenommen und seine Hände vor der Brust verschränkt, nur um einen Augenblick später erneut in sich zusammenzusacken. Ich will wissen, was mit Granger los ist. Wie bitte? Ich sagte, ich will wissen, begann Draco sich zu wiederholen, jedoch nicht ohne Bedeutung schwer mit den Augen zu rollen. Ich habe gehört, was du gesagt hast, fiel ihm Potter unwirsch ins Wort. Dracos linke Augenbraue wanderte verwundert in die Höhe. Das war interessant, anscheinend hat er einen wunden Punkt getroffen, denn so ungestimmt, wie sich der Aura nun gab, da musste etwas vorgefallen sein. Was hast du mit Termine zu schaffen? Draco schnallte mit der Zunge und genoss den aufgewühlten Anblick seines Gegenübers. Doch ganz wohl war ihm nicht dabei, denn zugegebenermaßen hatte er nicht mit solch einer Reaktion von Potter gerechnet. Sagen wir es so, Granger ist mir zweimal über den Weg gelaufen, seitdem ich zurück in London bin und ich ging einfach mal davon aus, dass du mir beantworten kannst, was in Salasas Namen mit dieser Frau los ist. Ich meine nicht, dass ich gekränkt wäre, weil sie anscheinend ihr Gedächtnis verloren hat und mich nicht mehr kennt, aber ich würde gerne wissen, worauf ich mich einlasse, wenn ich später mit ihr essen gehe. Das hatte gesessen. Er würde sogar behaupten, dass er noch nie so einen entsetzten Blick auf den Gesicht des Goldjungen gesehen hatte, wie in diesem Moment. Nicht mal als Potter damals in ihrem vierten Jahr, nach dem Drachen im Trilmagischen Turnier gegenüber gestanden hatte, war ihm der Schock so sehr ins Gesicht geschrieben gewesen wie jetzt. Allein dafür hatte sich dieser Besuch vermutlich dann doch noch gelohnt am Ende. Du, was? Du kannst nicht mit Hermine essen gehen, Malfoy. Danke für den Hinweis, Potter. Aber was ich kann und was nicht, das entscheide ich immer noch selbst. Nein, du verstehst mich nicht. Bei diesen Worten war der Aurora aufgesprungen und fing nun an, unruhig hinter seinem dunklen Schreibtisch auf und ab zu gehen. Draco beobachtete ihn eine Weile schweigend und wartete, ob er fortfahren würde oder nicht. Doch Potter hatte anscheinend nur einen Moment des Warmlaufens gebraucht, denn er sprach nach einigen Sekunden weiter. Hermine, es ist kompliziert. Sie erinnert sich an nichts mehr. Sie hat keine Erinnerung mehr an Hogwarts, geschweige denn, weiß sie, dass sie eine Hexe ist oder dass der Zauberwald existiert. Du kannst nicht einfach mit ihr essen gehen, das ist zu gefährlich. Also für Hermine. Wann hätte ich mit ihr also nicht über das Für und Wider der Hauselfenversklavung philosophieren sollen? Meinst du? Eigentlich wollte er nur einen Scherz machen, doch der panische Gesichtsausdruck, den Potter nun bekam, machte ihn doch etwas stutzig. Hast du, fing Harry wild zu gestikulieren an, doch er unterbrach ihn sofort wieder. Beruhig dich, ich bin nicht ganz dumm, Potter. Ich hab natürlich nichts dergleichen getan. Sie weiß nicht, dass ich sie kenne oder dass sie mich kennt. Wie auch immer. Die Erleichterung im Raum auf seine Worte hin war beinahe schon greifbar und der Schwarzhaariger ließ sich erschlagen und seinen Bürostuhl zurückfallen, nahm die Brille von der Nase und presste Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand gegen seine Nasenwurzel, als hätte er starke Kopfschmerzen. Was nicht wirklich ganz abwegig war, entschied Draco. Sein eigener Kopf tat ihm dank dieser Granger-Sache auch schon weh. Gut, das ist gut. Malfoy, um was ich dich bitte, aber triff dich nicht mit Hermine. Vergiss einfach, dass du sie gesehen hast und such dir jemand anderen zum Abendessen. Aber Merlin, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, mit ihr essen zu gehen? Hörte er da etwa so etwas wie Neugier aus Potters Worten heraus? Er konnte es ihm zumindest nicht verdenken, denn das mussten für den Jungen, der immer noch lebte, doch ganz unglaubliche Neuigkeiten sein. Er verzog seinen Mund zu einem vielsagenden Grinsen. Glaub mir, das willst du vielleicht gar nicht so genau wissen. Sag mir lieber, wieso Granger ihr Gedächtnis verloren hat. Nicht, dass das was Schlechtes wäre. Ich meine, sie ist keine ätzende Besserwisserin mehr, aber neugierig bin ich dennoch. Harry schnappte hörbar nach Luft. Das kann ich dir nicht sagen. Zu schade. Dann werde ich sie wohl später selbst danach fragen müssen, warum sie sich nicht erinnern kann, eine Hexe zu sein. Mal ganz nebenbei erwähnt, ist das nicht gefährlich? Weil man seine Zauberkräfte nicht ausübt. Nicht, dass sie noch zum Obscurus wird. Selbstverständlich meinte er das nicht ganz ernst. Immerhin gab es kaum dokumentierte Fälle über dieses Phänomen. Aber es war immer wieder nett, Potter aus der Reserve zu locken. Dieser sah ihn mit einem vernichtenden Blick an, ehe er seufzte und seine Brille wieder auf die Nase schob. Versprichst du mir, dass du dich nicht mit ihr triffst, wenn ich es dir erzähle? Kommt drauf an. Er wollte sich nicht vorschreiben lassen, was er zu tun oder zu lassen hatte. Definitiv war er zugegebenermaßen mehr als nur interessiert daran, was mit Granger passiert war. Er hatte jetzt nicht unbedingt vor, sich zu ehelichen, darum könnte er Potter auch einfach versprechen, sie zu versetzen und nie wiederzusehen. Theoretisch. Praktisch traute er sich gerade selbst nicht zu 100% über den Weg. Auf was? Der Aura wurde langsam sichtbar genervt von ihm. Hatte dann doch länger gedauert als angenommen, dachte Draco bei sich und schmunzelte. Ob es eine gute Geschichte ist oder nicht? Zuckte er auf Harrys Worte hin mit den Schultern und lehnte sich nun selbst mit verschränkten Armen gespannt auf seinem Stuhl zurück. Ist das dein Ernst, Alter? Du willst mir hier erzählen, dass Potter, ich meine, der Harry Potter, strahlender Held unserer Nation, das Gedächtnis seiner besten Freundin mit dem Obliviate gelöscht hat, was, um es einmal auf den Punkt zu bringen, illegal ist, ganz nebenbei erwähnt. Er saß gerade einmal seit 5 Minuten im Blaze-Wohnzimmer auf der Couch und fühlte sich schon wie jetzt in einem schlechten Groschenroman. Hätte er gewusst, welche Wendungen die Ereignisse nehmen würden, dann hätte Draco höchstwahrscheinlich direkt wieder das Land verlassen, nachdem Granger sich vor zwei Tagen neben ihm auf den Barhauker hatte gleiten lassen. Doch nun war es zu spät, um auszusteigen, denn seine Neugier war ihm in die Quere gekommen und jetzt hatte er den Salat. Ganz genau. Er nahm einen Schluck von seinem Bier. Es war gerade einmal kurz nach vier, das bedeutete, er hätte noch genug Zeit, um sich zu entscheiden, ob er in zwei Stunden vor Waterstones stehen würde, um Granger abzuholen. Hätte er nicht bereit, schon früher seine Zweifel abgelegt, ob er es hier tatsächlich mit der ehemaligen Granger zu tun hatte oder nicht, wäre spätestens ihrer Arbeitsstelle ein sicherer Indikator dafür gewesen, dass es Granger war. Eine Buchhandlung. Kein noch so starker Obliviate konnte den Nerd offensichtlich von ihren heißgeliebten Büchern fernhalten. Ach komm schon, spann mich nicht so auf ihr Folter, warum muss man dir denn alles immer aus der Nase ziehen? Entrüstete sich Blaze auf seine knappe Antwort hin. Draco seufzte gespieltheatralisch und lehnte sich tiefer in die Polster. Es ist wirklich ganz dramatisch, setzte er ironisch an. Potter hat mir erzählt, dass Granger ihren Eltern vor unserem letzten Jahr das Gedächtnis genommen hat. Angeblich, um sie vor dem dunklen Lord zu schützen, aber auch, um sich selbst abzusichern, falls im Krieg draufgehen sollte. Ihre Eltern hatten also keine Erinnerung mehr daran, dass sie eine Tochter haben und sind dann, dann Grangers Manipulation, nach Australien ausgewandert. Ein halbes Jahr nach dem Krieg wollte sie ihre Eltern suchen und zurückholen. Dummerweise sind die aber einige Monate zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dafür hat sich Granger dann die Schuld gegeben und hatte wohl einen Zusammenbruch. Bostraumatische Störungen, Blackout, was auch immer. Winkte er ab und legte eine kurze Pause ein, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen, was Potter ihm da alles Unglaubliches erzählt hatte. Auf jeden Fall kam sie nicht mehr klar und hat Potter mehr oder weniger angefläht, dass sie ihr ebenfalls das Gedächtnis nimmt. Sie war wohl sehr überzeugend in ihrer Forderung und letzten Endes hat Potter es dann ganz nach ihren Wünschen durchgezogen. Sie hatte gefordert, dass sie eine komplett neue Identität gibt, inklusive neuer Vergangenheit. Aber Potter hat es vermasselt, denn sie wollte so weit weg wie nur möglich. Er hat es aber auch nicht über sein dummes Griff in dein Herz gebracht und darum ist sie noch immer hier in London. Mit anderem Namen in der Muggelwelt. Daraufhin hat er das Gerücht verbreitet, dass sie weggezogen sei und sie sich auf eigenen Wunsch hin von der Zauberwelt abgewendet hat. Nur wenige, wie zum Beispiel Weasley, wissen, was wirklich passiert ist. Er selbst trifft sie ab und zu, sie denkt, sein alter Freund aus der Highschool. Als er seinen Vortrag beendete, sähe er sich einem Blaze mit weit geöffnetem Mund und ungläubigem Blick gegenüber. Das ist zu unfassbar, dass es wahr sein kann, aber auf der anderen Seite zu unfassbar, um nicht wahr zu sein, sagte Blaze, als er sich wieder einigermaßen gefangen hatte. Und weißt du, was noch unfassbarer ist? Du wirst es mir sicher gleich erzählen, wie ich dich kenne. Draco schmunzelte und griff erneut nach seinem Bier. Dass du seit Jahren keinen Fuß mehr nach London gesetzt hast und es dann innerhalb von nur zwei Tagen geschafft hast, Granger zu finden, so zu vögeln und Potter gleichzeitig das wohl größte Geheimnis in der Nation aus der Nase zu ziehen, welches ihn locker seinen Job kosten könnte, wenn nicht noch mehr. Interessant, so hatte er es noch nie gesehen. Aber es stimmte. Potter hatte eindeutig eine Grenze überschritten. Wenn man es genau nahm, dann hatte auch Granger gegen das Gesetz verstoßen, indem sie ihre Eltern verhext hatte, aber da die mittlerweile nicht mehr am Leben waren, spielte das wohl keine allzu große Rolle mehr. Aber in der Tat, der Goldjunge hatte nun offiziell Dreck am Stecken und womöglich wäre es ein Leichtes, ihm die Abreibung des Jahrhunderts zu verpassen. Doch wenn Draco ehrlich zu sich war, dann hatte er nicht vor, Potter vorzuführen. Er wusste zwar noch nicht wirklich, was er mit diesem Wissen nun anfangen wollte, aber über kindische Machtkämpfe waren sie wahrscheinlich zwischenzeitlich hinaus, wobei er das auch nicht so einhundert Prozent bestätigen konnte, wenn er über Blazes nächste Frage nachdachte. Hat Potter sonst noch irgendetwas gesagt? Er wollte, dass ich ihm verspreche, mich nicht mit Granger zu treffen heute Abend, zog der mit den Schultern und grinste. Was du selbstverständlich auch nicht tun wirst, gehe ich davon aus, immerhin wäre das selbst für dich schon ganz schön unverfroren. Er antwortete nicht und Blazes Gesicht nahm einen ungläubigen Ausdruck an. Draco, das kannst du nicht machen, überleg mal, was du damit auslösen könntest. Ihr könntet gesehen werden, du könntest sie triggern und sie könnte sich doch noch erinnern am Ende. Das würde im Chaos enden, sie könnte sich in dich verlieben oder noch schlimmer, du könntest dich in sie verlieben. Red kein Blödsinn, Blazes, warum sollte irgendwas davon passieren, wenn ich mit ihr zu Abend esse? Weil es Granger ist und du schon immer eine ungesunde Faszination für Granger hattest, wenn ich dich daran erinnern darf, antwortete ihm sein Freund in vollem Brustton der Überzeugung. So ein Schwachsinn. Ach ja, ich glaube, ich habe den Namen Granger in unserer Schulzeit öfter aus deinem Mund gehört als sonst irgendwas. Ich möchte dich nur einmal daran erinnern, dass du ganze vier Wochen in deinem Stolz verletzt warst, als sie dir die Nase gebrochen hat, bei jeder Prüfung, der sie besser abgeschlossen hattest als du, was eigentlich immer der Fall gewesen war, warst du unerträglich und ich weiß ja nicht, ob es dir entfallen ist, aber im fünften Jahr hattest du eindeutig eine Granger-Phase. Draco rollte mit den Augen, dass es beinahe schon wehtat. Ich hatte keine Granger-Phase. Pah! Machte Blaze. Dann kennst du dich selbst aber schlecht, denn das war mehr als nur auffällig. Blaze, ich schätze dich sehr. Aber wenn du nicht bald aufhörst, deinen Drachen bist zu verzapfen, dann lösche ich dir auch das Gedächtnis und mache dich zum Buchhalter. Sein bester Kumpel ließ ein recht unmännliches Kichern verlauten, ehe er antwortete. Ein Pech, dass wir gut befreundet sind und ich dir deine leeren Drohungen nicht abnehme. Draco begann, seine Schläfen zu massieren. Hatte er gedacht, dass er nach den Ereignissen der letzten Tage und nach Potters Offenbarung Kopfweh hatte, war das nichts im Vergleich dazu, was sein bester Freund ihm hier gerade antat. Ja. Ganz falsch lag Blaze damit nicht, dass er eine Art Faszination für Granger entwickelt hatte während der Schulzeit. Doch das war bei Salas keine im netten und schon gar nicht im romantischen Sinn gewesen. Auch wenn er zugeben musste, dass sein Freund auch damit recht hatte, dass er in ihrem fünften Schuljahr durchaus bemerkt hatte, dass Hermine Granger hübsch geworden war. Aber von einer Schwärmerei zu sprechen, wäre hier doch eindeutig zu viel des Guten. Wie auch immer, setzte er an und leerte seine Flasche mit einem letzten großen Zug. Ich lasse mir nicht von Potter vorschreiben, ob ich mich mit Granger zum Abendessen treffen darf oder nicht. Geräuschvoll, um seine Worte zu untermalen, stellte Draco seine Bierflasche auf Blaze's kleinen Wohnzimmertisch ab. Sein Kumpel schenkte ihm einen skeptischen Blick, antwortete jedoch nicht darauf. Blaze wusste genau, dass Diskussionen mit ihm keinen Sinn hatten. Außerdem, sprach er weiter und erhob sich währenddessen von seinem Sofa. Kann ich nicht gerade behaupten, dass ich die gedächtnislose Granger ... Welch herrliche Alliteration! ... ... Oblivion! Wir sehen uns bis dahin. Viel Spaß und schaut gerne bei Nordkrone akvanessa vorbei auf fanfiction.de, wo sie die Fanfiction veröffentlicht hat und hinterlasst dort eine Rezension oder, falls ihr schon Lust habt, liest die Geschichte dort einfach weiter. Bis nächste Woche! Tschüss! Tschüss! Tschüss!